Guten Tag meine lieben Kinder. Haus 4, die Küche 1, Teil 8. Wiederholen wir zuerst die gelernten Wörter. Was ist das? Das ist die Küche. Was ist das? Das ist der Herd. Das ist der Gasherd. Das ist der Elektroherd. Was ist das? Das ist der Kühlschrank. Was ist das? Das ist das Spülbecken. Was ist das? Das ist die Decke. Das ist die Tischdecke. Was ist das? Das ist die Teekanne. Was ist das? Das ist der Teller. Was ist das? Das ist der Löffel. Was ist das? Das ist das Messer. Was ist das? Was ist das? Das ist der Becher. Was ist das? Das ist der Kaffee. Was ist das? Das ist der Tee. Das ist der Tee. Was ist das? Das ist der Teebeutel. Was ist das? Das ist die Milch. Was ist das? Das ist der Kakao. Was ist das? Was ist das? Das ist die Limonade. Was ist das? Das ist die Mikro. Was ist das? Das ist die Torte. Was ist das? Das ist der Küchenschrank. Das ist der Küchenschrank. Dankeschön. Dankeschön. Wir haben nur für heute ein letztes Wort. Dann schauen wir mal. Das ist plus eins. Such mal bitte plus eins. Plus eins ist die Spülmaschine. Das ist die Spülmaschine. Das ist die Spülmaschine. Wie ist die Spülmaschine? Die Spülmaschine ist weiß. Die Spülmaschine ist weiß. Die Spülmaschine ist weiß. Nimm bitte einen roten Buntstift und male bitte den Kreis daneben rot an. Du sollst die Spülmaschine nicht anmalen, weil die Spülmaschine weiß ist. Dankeschön. Das war unser letztes Wort. Und jetzt könnt ihr mal ganz schön üben mit den Videos und mit der Wortliste. Und übt bitte übt und übt und dann kommt die München Prüfung. Mindenki most már nagyon szépen gyakoroljon a videók segítségével és a szólistas segítségével. Csak gyakorolj, gyakorolj és gyakorolj, és majd szünet után valamikor sort kerítünk a szóbeli feleletre. Köszönöm szépen az eddig munkátokat, nagyon szépen köszönöm a szülőknek is. Tschüss, auf Wiedersehen!